Die längste Lastwagenkolonne der Schweiz reicht von Zürich bis nach Madrid. Und deren Ladung steckt voller weggeworfener Lebensmittel. Denn ein Drittel unseres Essens landet nicht auf unseren Tellern. Das ist ein Problem. Food Waste verursacht so viel Umweltbelastung wie die Hälfte aller Schweizer Autofahrten. Das belastet auch das Klima. Dabei lässt sich Food Waste so einfach vermeiden. Jan probiert es aus. Vor dem Einkauf schaut er zunächst in den Kühlschrank. Ein Blick reicht, denn er hält seinen Vorrat klein und übersichtlich. Was er wirklich braucht, kommt auf eine Liste. Schneller hat er seinen Einkauf noch nie geschafft. Zeit zum Kochen. Jan empfängt Gäste. Durch Abwiegen portioniert er perfekt. Und was übrig bleibt, bewahrt er für morgen auf. So macht das Essen nicht nur ihn, sondern auch unsere Umwelt glücklich. Gemeinsam stoppen wir Food Waste. Und erzielen so den gleichen Effekt, als würden wir auf jede zweite Autofahrt verzichten. Mach mit unter foodwaste.ch